Ich bin ein Feuer der Befreiung. Ich habe in mir eine Energie freigesetzt, die Menschen hilft, klar ihren Weg zu gehen, aus dem Herzen, aus einem inneren Feuer. Und diesem Feuer kannst du vertrauen. Das führt dich in Lebensbereiche, die dir vielleicht bisher unglaublich Angst gemacht haben. Aber wie wäre es, du stellst dich in dieses Feuer und verbrennst die Angst vor dir selbst. Du täuschst dich nicht mehr selbst. Du zeigst anderen, dass du wahrhaftig bist in deinem Herzen. Das kann man fühlen. In deinem Geschäft, in deinem Business. Die Leute wollen dich spüren, die wollen dich sehen. Die wollen sehen, dass du das, was du tust, dass du das wirklich aus tiefstem Herzen tust. Und nicht nur wegen der Kohle. Das Geld, das fließt dann, wenn du in deiner Freude bist. Deine Frau und dein Mann ist dann glücklich, wenn sie sehen, du liebst dich. Deine Kinder fühlen sich dann sicher, wenn sie sehen, dass du dich liebst. Und darin begleite ich Menschen. Ich nehme dich an die Hand. Ich zeige dir den Weg in deine Freiheit. Ich zeige dir den Weg in deine Freiheit.